Also, die sind auf jeden Fall erstmal kurz munter, würde ich sagen. So. Aber wir wollten ja noch mehr machen. Hier ist er jetzt schon fertig. Der erste Kalle. Der erste Kalle auf dieser Insel. Äh, wir sehen nichts. Danke, Kamera. Ein wirklich hübscher, hübscher Kalle. So, den müssen wir aber auch noch erst benennen. Ähm, das ist ja der erste Kalle hier. So. Sehr gut, sehr gut. So, kriegen wir denn schon mehr Einnahmen dadurch? Da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte hier mal gucken. 83. Oder 93. Ich kann das echt von hier nicht lesen. Mein Gott, nee. Wir brauchen aber dennoch mehr. Vielleicht sollten wir doch nochmal hier so ein Lädchen irgendwie machen. Oder vielleicht hier drüben. Oder wir bauen hier schon, ja, ich glaube, nee, das ist übertrieben, wenn wir hier schon weiter rausbauen. Bleiben erstmal noch in diesem Eckchen hier. Aber Fossilien haben wir. Da könnten wir DNA, ja gut, dann machen wir mal. Äh, ich wollte extrahieren, so. Und da einmal. So, dann können wir da schon mal wieder weiter forschen. Ich weiß, das kostet jetzt hier alles noch so ein bisschen Geld, aber so ein bisschen viel, was wir wirklich merken. Aber so ist das normal, so ist das normal, so. Können wir denn noch einen hier machen? Noch einen zweiten Kalle vielleicht? Ja, können wir machen. Dann ist der auch nicht so einsam. Alter, hüpft er. Wusste ich doch, dass dir das hier gefällt. Ich konnte das doch ausblenden. Moment. So, jetzt können wir den Kalle ein bisschen besser betrachten hier. Macht denn da so einen Krach, Gerbi? Mein Gott. Die unterhalten sich, glaube ich, gerade über irgendwas. Sozialisiert sich, sozialisiert. Ah, okay, okay. Gerbis werden sozial. So, wo ist denn eigentlich der Dark? Der Dark verschwunden. Mal gucken. Ah, da vorne hängt er. Ja, die hängen alle wieder hier. Dieses Biotop interessiert die gar nicht. Hier vorne ist wieder alles toll. So, dem geht's aber auch gut. So, dem geht's aber auch gut. Streift umher, alles gut. Wunderschön. So, und eine Schale hätte ich ja auch gerne. Also eine zweite. Damit die eine hier nicht so ganz so einsam ist. So, hier könnten wir auch nochmal eine Schapfutterstation hinmachen. Machen wir die am besten. So, hier wollten wir auch nochmal so ein Aussichtsdingels hinmachen. Können wir aber am besten jetzt hier noch machen. So. Dann können die was sehen und die was sehen. Und der Kalle ist fertig. Wow, das hat ja super geklappt. Das hat ja wirklich super geklappt. Wieso springt die Kamera eigentlich jetzt immer so raus? Hat die das vorher auch schon gemacht? Mir hat nicht so aufgefallen. Dann mache ich jetzt wieder irgendwas falsch. So, umbedennen zum Kalle 2. So, dann ist der auch schon mal nicht mehr alleine. Müssten auch noch einen Dark machen, ne? Und dann fehlen die Kielis noch. Die Kielis fehlen auch noch. So, wie viel Kohle haben wir denn? Was können wir uns denn eigentlich leisten? Den können wir uns nicht leisten. Den können wir uns auch nicht leisten. Und die Nadel haben wir gesagt, die sondieren wir von Anfang an wieder ein bisschen aus. Weil die verträgt sich ja mit den anderen nicht so. Xere ist auch noch zu teuer. So, das war Kielina. Na ja, dann machen wir jetzt ein Kili. Sehr gut. So, und dann müssten die Einnahmen müssten doch jetzt langsamer steigen. Ja, tun sie. Tun sie, weil unser Ruf besser wird. Sehr gut. Diese Sicherheitsaufgabe, da müssen wir noch ein bisschen warten. Weil diesen Naso-Dingsbums haben wir noch gar nicht. Und da brauchen wir dann auch wieder einen Namen für. Und ein Hotel brauchen wir auch noch. Wie teuer ist denn sowas? Nee, der war unter... Hier, Gäste, ne? Hotel 700. Ja, das bauen wir noch. Das bauen wir noch. Aber da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen für. Und ich würde halt gern diese Schutzmaßnahmen erst auch erhöhen. Aber wir haben ja gesagt, erst mal jetzt ganz ruhig. Wir machen jetzt erst mal unsere Dinos. Damit steigern wir ja auch erst mal unseren Ruf und unseren Verdienst und so weiter und so fort. Und dann können wir auch hier wieder ein bisschen besser bauen. Beziehungsweise müssten wir dann nicht so aufs Geld achten. Wie viel haben wir denn über? 48. Uh. Jetzt habe ich es fast übertrieben, ne? Aber das werden wir alles noch brauchen. Daher ist das gar nicht mal so verkehrt. So, Dino kann freigelassen werden. Ich möchte aber gleich hier schon wieder die nächste Expedition starten. Machen wir mal das. So, hier die Gene. Ach nee, das war Forschen. Obwohl Forschen können wir auch mal gucken. Was haben wir denn da? Haben wir da irgendwas? Hier, sieben Gegenstände. Futter muss auch aufgefüllt werden. Talskosten reduzieren. Das ist natürlich auch schick, schick. Ist aber alles noch zu teuer. Ne, da befassen wir uns wirklich mit, wenn wir nicht mehr so aufs Geld achten müssen. So, und da haben wir ein neues Exemplar. Okay. Und hier, ja, das können wir auch auf jeden Fall immer machen. Und hier können wir was verkaufen. Geld, Gott sei Dank. Immer schön Geld scheffeln. Am Anfang jetzt auf jeden Fall. So, Futterstation einmal hier. Hier. Nachschub ist unterwegs. Und, äh, noch irgendwo. Hier nicht. Da nicht. Dann doch die hier. Anfrage bestätigt. Die ist schon leer. Vielleicht sind alle 20 Minuten ein bisschen wenig. Und da müssen wir aber ein bisschen erhöhen. Moment, hier machen wir alle 13. Dann können die so ein bisschen hin und her tingeln. Vielleicht. Das ist jetzt der Richtige. Hier ist alle 12. Machen wir hier 16. So. Sehr schön. Das haben wir auch. So, aber jetzt lassen wir erstmal den ersten Kili frei. Da ist er. Ich muss hier so... Ah. Schon wieder rausgesprungen. Ich möchte die Ansicht dann ändern, dass man das richtig schön sehen kann. Hier ist er. So, der braucht natürlich auch seinen Namen. Willkommen, Kili. Eins natürlich. So. Und, ich glaube, es läuft. Es läuft. Äh. Sofort raus. 116. Auf einmal schon mal mehr. Auf jeden Fall schon mal mehr. Pro Minute, wohlgemerkt. Pro Minute. So, jetzt machen wir aber gleich sofort auch noch... Warte, wir haben jetzt zwei Kallis, ne? Moment. Wir haben ein Kili, ein Dark, zwei Kallis und drei Gerbis. So, da wir wissen, hier Killis möchte... Möchte wahrscheinlich auch mehrere haben. Dark möchte vielleicht auch noch... Kalle sind zu zweit. Da könnten wir unbedenklich noch einen dritten zu tun. Aber ich denke, das ist erstmal so okay. Und alle bleiben sie auch wieder hier so vorne, ne? Keiner ist irgendwie hier hinten. Dabei können sie ja so rumlaufen. Könnten natürlich hier dann eine Futterstation vielleicht mal hinpacken. Und dann stellen wir die so ein, dass die mal leer werden und die dann hier hin müssen. Dann nutzen sie auch das ganze Gehege, obwohl auf der anderen Seite. Sollen sich da auch verhalten, wo sie sich wohl fühlen. So, können wir denn schon wieder einen machen? Es tut mir leid, dass das im Moment so ein bisschen hier, äh... Ja, doch so lange dauert. Aber, ähm... Ja, es ist halt ein bisschen dumm mit dem Geld im Moment. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir bei dem ersten Park so viele Schwierigkeiten hatten. Ach, Mann. Das ist das Ärgerliche. Da haben wir vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Wir haben einfach den nächsten angeschwissen. Na gut, dann müssen wir da jetzt wieder warten. Können wir denn noch einen Auftrag vielleicht noch, äh, annehmen? Ne, wir können nur drei, ne? Tja, gut. Vielleicht täte ich die nicht alle sofort dann. Das war so Gewohnheit. Wir nehmen erstmal alle an. Sollten vielleicht doch gucken, dass wir erstmal die annehmen, die wir uns im Moment auch wirklich zutrauen, beziehungsweise sie möglich sind. So, jetzt warte ich wieder ein bisschen aufs Geld. Es tut mir wirklich leid. Aber trotzdem, man kann ja hier mal ein bisschen schauen. Hier die Schali, die streift hier umher. Da geht's auch eigentlich ganz gut. Die könnte halt jetzt gerne, ne, noch so eine zweite Schali nebenan haben. Grasland ist immer noch nicht ganz voll. Warum? Die braucht nicht so viel Wald, hab ich das Gefühl. Können ein paar Bäume da wegnehmen. Das ist viel zu viel Bäume hier. Ich glaub, die fühlt sich echt wohler, wenn nicht so viele Bäume da sind. Mühselig, welche gepflanzt. Und jetzt, äh, nehmen wir sie alle wieder weg. So, ist das besser vielleicht jetzt? Hier ist ja jetzt Graslandschaft, oder? Da können wir auch nochmal wieder ein bisschen was hinmachen. Grasland, so. Hier haben wir hier überall so ein bisschen Grasland. Wenn sie das mag, ne, wenn sie das mag, dann wollen wir ihr das ja auch nicht vorenthalten. Na, Küste nicht unbedingt. Oh, hier so ein bisschen lebendig. Hier in dem Wasser auch ein bisschen lebendig. So. Jetzt ist hier aber sehr viel Gras, also, ne? Graslandschaft mäßig. Ist das schöner? Ist immer noch das gleiche. Ich hab das Gefühl, das verändert sich gar nicht. Ja, ja. Immer wenn man sie anguckt. Die mag nicht so beobachtet werden. Merkt ihr das? Ist ja, ist ja, ist ja auch klar. Sie ist ja jetzt noch alleine und so. Und weiß noch nicht so genau, was sie machen soll. Also eine müssen wir auf jeden Fall da hinsetzen. Genauso wie hier beim Kili. Kili und Dark müssen auf jeden Fall auch. Obwohl, Dark geht's eigentlich ganz gut. Der ist zwar jetzt nicht ganz so sozial, aber so ist schon in Ordnung. Bestand ist auch okay. Was mit den Kallis? Wir gucken mal. Da ist eigentlich auch alles gut. Gas, Wald, Nahrung ist okay. Wasser ist okay. Das ist schon in Ordnung. Hier auch. So, wo hat der Kili sich versteckt? Kili! Da ist er noch. So, das geht eigentlich auch vom Bestand. Öh, jetzt ging meine Stimme voll weg. Entschuldigt. So, Gas, Wald, alles gut. Alles gut. Ist auch zufrieden. Also der braucht eigentlich gar nicht so dringend jetzt noch jemanden. Ich dachte, weil die sonst immer in der Gruppe und so. Ach, da rennt eine Ziege. Ich dachte die ganze Zeit hier, hä? Ja, wie mir scheint, hat Charlie auf jeden Fall genügend zu essen. Wir können das mal ein bisschen hochdrehen. Alle acht Minuten ist schon, äh... Alle 15 ist okay. Wo ist nochmal hier die Ziege? Da. Alle zwölf. Nehmen wir da auch mal alle 13 höchstens. Aber hier habe ich das Gefühl, dass ich nicht so oft auffüllen muss. Komisch, ne? Im anderen Park war... Ich vergleiche das jetzt immer, logischerweise. Aber im anderen Park hatte ich das Gefühl, wir müssen das öfters machen. So, wir haben aber schon wieder ein bisschen hier an Kohle. Machen wir jetzt erst hier hinten vielleicht ein Hotel hin. Vielleicht hier. Dann können wir den Zaun, können wir zur Not immer noch da dran vorbei. Aber wir machen hier ein Hotel. Moment. Hier, dann können die da noch so hoch gucken. Funktioniert das? Sollen wir das so machen? So spontan, überlegt. Müssen wir natürlich dann Strom hinlegen? Ist klar, aber... So, jetzt mal gucken, dass wir das richtig rumbauen. Da ist die Aussichts-Dingsbums. Und die muss da dran. Nicht zu weit dahin. So. Vielleicht so. Ein bisschen weiter zurück, wegen dem Weg. Aber so ist doch gut, oder? Machen wir mal da hin. So, dann den Weg natürlich dazu. Einen schönen Schlängelweg möchte ich gerne haben. Ach, geht. Geht. Alles gut. So, Strom brauchen wir. Also ein Verteiler-Dingenskirchen. Machen wir mal ein bisschen höher hier. So. So, wo ist denn hier der nächste? Da. Da. Und zu dem hier. Haben wir. Haben wir. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Da kriegen wir auch wieder Kohle für. Baut mal ein bisschen schneller hier. Wir müssen immer so lange warten. Ist das kein Fertighotel? So wie so ein Fertighaus. Ihr wisst schon. Wohl die ja schon sehr schnell sind. Kann man den ja nicht. Ja, ne. Das ist schön, dass man so nah dran kann. Ich meine, klar ist noch alles verpackt und so. Man sieht jetzt nicht so viel. Aber hier, dieser mit dem Kran. So diese Liebe zum Detail. Auch. Naja gut, ich weiß nicht, was der da wirklich macht. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Guckt euch das an. Wunderschön. So, Auftrag abgeschlossen. So, da gucken wir mal einmal hin. So. Und die haben auch wirklich diesmal die Aussicht nach hier ganz rüber. Ist ja nicht verkehrt. Gut, der Baum steht ein bisschen im Weg. Aber ich finde. Ja gut, der Mast. Der Mast ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Naja, gut. Aber die sehen schon mal mehr als die anderen sonst. 75% sagen wir die ja hier. Äh, 95%. Ja, machen wir mal. Ich finde, ich habe schon relativ viele. Vielleicht haben wir das gleich sofort schon geschafft. Wir haben jetzt bei jedem schon zwei Stück. Vielleicht könnten wir hier noch eins hinmachen. Da müssen wir aber den Weg wieder ein bisschen verlegen. Oder vielleicht hier so. Ne, das ist zu schräg. Vielleicht hier. Hier, dann können die nämlich auch da runter gucken. Hier so. Dann machen wir mal den Weg. Machen wir mal anders. Ne, wir reißen erst den einen weg. Entschuldigt. Alle, die da herlaufen. Tut mir wirklich. Tut mir wirklich sehr sorry. Was ist denn mit meiner Stimme gerade los? Gibt's doch nicht. So, hier. Beobachtungs, äh, Dinge. Aufpassen, dass wir das wieder richtig rum machen. Ist was gut hier? Doch, hier können die gut sehen, oder? Was machen wir? So. War jetzt richtig rum, oder? Ich hoffe. So, dann den Weg dazu. Aufgabe erfüllt. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. So, machen wir den Weg auch wieder schräg darüber. So, das läuft hier. Das läuft hier. Die Unterhaltungsabteilung auf Islam Huerta genießt dank Ihnen großes Ansehen. Deshalb erhalten Sie eine Belohnung. Yay, wir kriegen eine Belohnung. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Leute, das läuft, das läuft. Hier ist eine Belohnung für Ihre außerordentlichen Leistungen auf Islam Huerta. Und die sind unsere krachtvollen Kreatur und produktivinnen. Danke. Vielen Dank.